Servus, grüß euch. Heute gehts auch mal auf die Bekannte, ja bei vielen Bekannten bestimmt, auf die Sobot. Sehr beliebte Motorradstrecken, aber leider auch sehr gefährliche Motorradstrecken. Vielleicht blende ich dazu was ein. Ich möchte es euch gleich sehen, da haben leider immer wieder viele Unfälle, leider auch viele Tote immer wieder. Ich werde es vielleicht im Video dann eh sehen, die Kreuze am Straßenrand. Nichtsdestotrotz schöne Strecken. Und ja, man muss sich halt vorsichtig fahren, nicht übertreiben, wie auf jeder anderen Strecken auch. Und dann ist das auf alle Fälle echt eine schöne Strecken, die man einmal gefahren sein sollte. Wir machen uns jetzt auf den Weg dorthin. Denn das eine oder andere Highlight unterwegs, blende ich sicher ein. Und dann sehen wir uns spätestens wieder kurz vor der Sobot. Bis gleich. 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 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss.